Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Krypto-Family. Bitcoin haut ein All-Time-High nach dem anderen raus. Sitzt jetzt die Gefahr im Nacken oder startet der Bullrun eher so richtig ab? Wir haben sehr vieles zu besprechen, natürlich auch wieder mal über meine Lieblingsvereine, den JP Morgans und noch zwei, drei andere wichtige News. Die schauen wir uns nämlich an, aber ihr wisst Bescheid, erst kommt das Intro. Ja, liebe Freunde, wir starten gleich mit der ersten News des Tages. Es geht hier um die Akkumulation der Wale. Dieser Bericht kam gestern von Glasnot raus und ich bin ziemlich positiv gestimmt, dass auch dies heute um 14.30 Uhr ein bisschen im Westen wieder Bullish-News rauspushen wird, weil es sagt genau hier, die Wale werden wieder akkumulieren oder akkumulieren bereits. Das heisst, sie wollen nicht ihre Coins abstossen. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also hier der On-Chain-Analyst anbieter Klasnot identifiziert den Meinstein in seinem The Week On-Chain-Bericht vom 8. November und kam zu dem Schluss, Investoren geben ihre Coins einfach nicht aus. Die werden ja in der Regel auch Langzeithalter genannt, also Adressen, die ihre Bitcoins seit zwölf Monaten nicht mehr bewegt haben, die als Langzeithalter bezeichnet werden, gehören zu den aktivsten lagenden Coins, wobei diese Adressen nur 6'500 Bitcoins täglich bewegen. Also schon wahnsinnig. Also wir haben hier definitiv die Wale, die akkumulieren. Und jetzt ist natürlich auch hier ein bisschen die Frage, die wir uns stellen müssen, Ja, und wann fangen sie an abzustossen? Und mit welcher Menge stossen sie ab? Was würde das wohl auf dem Preis ausmachen? Ich habe immer gesagt, umso mehr Menschen Satoshis haben oder Bitcoins, umso weniger wird die Gefahr sein, wenn mal eine Wahl abstosst. Aber wir reden hier nicht von einem Wahl, wir reden von quasi allen Wahlen. Also es wird dann schon eine heftige Geschichte. Aus diesem Grund bleibe ich immer noch meiner Strategie treu. Ich werde bei 90'000 natürlich die Indikatoren ein bisschen überwachen, aber so wie es dann aussieht, werde ich gegebenenfalls etwas abstossen. Leider noch in USDT. Leider, ihr wisst, ihr kennt meine Meinung zu USDT. Aber dann, sobald wir in den Bärenmarkt reinfließen, dann werde ich dann sukzessive Stück für Stück, werde ich mir dann mit USDT meine Bitcoins wieder zurückkaufen. So in die Richtung wird es dann aussehen. Also es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Da habe ich übrigens auch einen Bericht gesehen, der deckt sich ziemlich mit meinem. Wir haben hier Raoul Paul. Ich persönlich kannte den Herrn nicht. Der ist irgendwie, was ist der? Der ist The Real Vision und GMI-Gründer Raoul Paul. Also ja, es muss irgendeine wichtige Persönlichkeit sein. Der geht davon aus, dass bis Juni, bis dann irgendwann mal wieder der Bärenmarkt eintritt. Ich sehe es immer noch bis Mai, plus, minus. Da werden wir uns dann auf jeden Fall damit, so gegen Dezember, werden wir uns damit beschäftigen. Dann werden wir auch ein bisschen im Monat- und Wochencharts arbeiten, damit wir ein bisschen abschätzen können, wann jetzt der Bärenmarkt eintrifft. Weil viele wollen noch in diesem Jahr die 100'000 von Bitcoin sehen. Das ist natürlich extrem bullisch. Und das ist reine Psychologie. Aus diesem Grund macht es jetzt noch keinen Sinn, da richtig reinzugreifen. Wir bleiben im Daily und im Vier-Stunden-Chart, da sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Und ja, ich habe es ja gesagt, unsere lieben JP Morgan-Guys, ich weiß nicht, ob man noch überhaupt was ernst nehmen soll von diesem Unternehmen. Einmal, nee, nee, Bitcoin wird niemals über 100'000 sein. Niemals. Nee, das ist nicht möglich. Eine Woche später, okay, es sind vielleicht zwei Wochen später, kommt wieder ein Update von JP Morgan. Morgen endet Bitcoin News, Bitcoin-Kurs-Update. JP Morgan endet die Bitcoin-Prognose. Das war bei mir schon, ich wusste schon, was kommt. Ja, jetzt laut JP Morgan, wenn wir dann doch die 146'000 sind. Wir haben uns getäuscht, mal wieder. Also, ja, kann ich nicht ernst nehmen, ehrlich gesagt. Also, ich bin, ich weiss nicht, was ich über diese, über diese, die sollen doch einfach, die, darf ich das sagen? Oder werde ich gepiepst? Egal. Die sollen doch einfach ihren Mund halten und dann kommt es gut und dann ist, sollen wir uns in Ruhe lassen. Natürlich beeinflusst das jetzt positiv, die man nicht falsch verstehen. Das begrüße ich natürlich. 14.30 wird das auch ein bisschen pushen, weil die Leute hören ja auf JP Morgans. Also von dem her gesehen, ja, sie haben ein neues Statement rausgeholt. Damit der Bitcoin-Preis wirklich auf über 100'000 Dollar ansteigen kann, muss die Volatilität stark abnehmen. Ach nee, ach nee, ja, da reden wir von nichts an. Ansonsten sinkt nämlich das Interesse der Investoren. Für 2022 gehen die Analyse der Bank davon aus, dass der Bitcoin-Preis auf 72'000 Dollar steigen könnte. Sollte die Volatilität jedoch zunehmen, dann könnte der Bitcoin-Kurs jedoch auch wieder weiterfallen. Ich weiss nicht, Leute, aber die haben Widersprüche in sich selbst. Es ist echt unglaublich. Echt unglaublich. Also, wir lassen es mal zeigen. Der Bericht ist übrigens vom 5. November, kam aber mit Google Alert erst heute an bei mir. Und ich muss ja den durchlesen. Und ja, also, die sind weit weg. Die haben, ich weiss nicht, wie die analysieren. Ich weiss es nicht. Ich kann es nicht sagen. Da steht vielleicht einer morgens auf dem Stein und redet irgendwie an die Wand hoch. Und alle anderen sitzen am Boden im Schneidersitz und nicken dem zu. Ich weiss es nicht. Also, das hat hinten und vorne nichts mit einer, ja, was richtig ist, die Volatilität muss sinken. Absolut einverstanden. Haben wir aber im vorherigen Bericht gelesen, dass eben die Wale gerade nicht abstoßen. Das heisst, die Volatilität ist nicht gerade hoch. Die ist erst hoch, wenn die Wale abstoßen. Also, bis jetzt, ähm, es stimmt alles. Aber was sie da eben erzählen, ist für mich absolut, absolut Käsekuchen. Absolute Käsekuchen. So, gut, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, wir labern hier nicht rum. Wir gehen ab in die Chartanalyse und ihr wisst, was das bedeutet. Wir sehen uns da drüben. Ja, Freunde der lieben Natur, wir haben uns hier im Daily bereits zurechtgefunden. Wir schauen uns ganz kurz die Indikatoren an. Dann schauen wir uns, was ist denn bisher passiert und wo werden wir zukünftig hingehen. Wir sehen in der RSI hier unten, für die, die es am Smartphone anschauen, die sehen es wahrscheinlich relativ schlecht. Wir sind noch knapp an der Closed-Zone. Ja, also wir sind noch nicht in der Closed-Zone. Im Daily, sehr, sehr wichtig zu wissen. Das bedeutet, wir haben noch keinen Abverkaufsdruck. Also, psychologisch gesehen, alles easy. Die kurzfristige MECD hat sich bereits gekreuzt im Daily. Da sind wir zwei Tage bereits sehr bullisch. Und die langfristige, das ist sehr, sehr wichtig, die hat sich jetzt in der Nacht auf heute gekreuzt. Und das ist natürlich jetzt ein symbolisches Signal. Und da müssen wir jetzt aber, um das eben ein bisschen auszukräftigen, damit die MECD-Linie mit den Signallinien nicht wieder rumnudeln, ist es schon wichtig, dass wir hier jetzt eine richtig schöne Performance sehen und nochmals ein schönes Volumen reinkriegen. Das bedeutet, nicht nur Europa, sondern der Westen sollte jetzt ein bisschen hier andocken und sagen, okay, Leute, jetzt wollen wir die 70'10 ab nach oben, das holen wir. Das müsste jetzt so ein bisschen das Ziel sein. Ja, also, was haben wir denn gehabt? Wir haben das Cup & Handle gehabt. Hier das Cup, dann das Handle. Wir sind aus dem Handle ausgebrochen. Ich habe euch auch ganz klar gesagt, wo ich hier was sehe, welchen Support etc. Widerstand. Das haben wir hier alles schön aufgebaut. Wir haben hier diese grosse Mauer von abverkauften Bären, haben wir es geschafft zu durchdringen. Das ist eben sehr, sehr positiv. Mittlerweile, wir haben den zweiten Tag da drüber. Wir fallen den, also wenn wir jetzt nicht wieder zurückfallen, dann werde ich morgen diese Mauer weglöschen. Dann ist sie für uns nicht mehr wichtig, ja. Dann werden wir aber anfangen, neue Patterns zu zeichnen. Ich sehe natürlich bereits schon Pattern, da warten wir aber auf morgen, weil da haben wir ein bisschen mehr Fleisch im Knochen und das würde dann auch für euch eher im Sinne sein, als jetzt hier für mich. Aber, sehr, sehr wichtig, wir haben ein neues All-Time-High geschafft. Und dieses neue All-Time-High, ja, jetzt kann man sagen, ich bin pimpelig, ich habe es nicht ganz sauber eingezahlt, aber ich würde sagen, das Ziel ist erreicht. Wir haben das geschätzte Handle-Target wundervoll erreicht. Und schon wieder, der Swiss CryptoJay hatte schon wieder recht. Für all die Leute, die da draussen immer wieder sagen, der Junge hat ja keine Ahnung, wir sind beim erfolgreichsten 56 oder 55, da bin ich unsicher, selbst unsicher. Aber es wurscht, wir sind über 50 erfolgreiche Trades in Folge und ich glaube, das spricht allein für sich. Nun, wo ist denn das nächste Target? Wohin sollten wir denn gehen? Jetzt zeige ich euch eine kleine, kleine Geschichte. Wir werden nicht ein Pad reinzeigen, aber ich zeige euch das hier rein. Natürlich muss man jetzt sagen, die aktuelle Tageskerze, die läuft hier noch und die ist noch lange nicht vorbei. Aber ich will euch das hier schnell zeigen. Dann kriegt man manchmal so eine gewisse Timeline für sich hin. Ihr habt hier unten diese blaue, das, was jetzt blau ist bei mir, wegen der Fibonacci-Blau. Aber wenn ihr das jetzt so ein bisschen mit der Maus hingeziert, dann zieht ihr auch immer das Tagesdatum. Und ich könnte so plus minus auch ein bisschen abschätzen, wohin jetzt die Reise geht. Das bedeutet, wir müssen definitiv ein, zwei Daily Candles haben, die jetzt ein bisschen steiler sind, also ein bisschen höher sind, optimal bei den 70'000. Ich bin sogar sehr positiv eingestellt, dass wir in den nächsten Tagen noch die 70'000 sehen werden, weil dann hätten wir einen richtig schönen, nicer Aufstieg, den wir brauchen, damit man sagen kann, okay, wir werden die 90'000 noch sehen. Und das braucht schon ein bisschen mehr bullische Kraft, oder? Die 90'000 sind da oben. Und wenn man jetzt sagt, der 31. Dezember ist hier. Die 90'000 haben wir hier. Und wenn ich jetzt hier alleine hier so hingehe, dann müssten wir in den Dailies so hoch kommen. Jetzt bin ich schon im Januar hier, habe ich gesehen. Dezember, 90'000. 90'000 ist meine Einschätzung. Also ihr seht jetzt, von der aktuellen Kerze müssten wir relativ steil nach oben gehen, damit wir die 90'000... Und jetzt kommt es, ja, jetzt nochmal an die FOMO-Geister draussen. Also wie war das nochmal? Also wer hat dann nochmal geschrien, wir werden 300'000 haben? Naja, egal. Es gibt ja jetzt noch Leute da draussen, die sagen immer noch, ja, 150 ist easy, reichbar. Also wenn man auf Ende dieses Jahres, ja. Nicht Q1, nicht Januar, nicht Februar, Ende dieses Jahres. Und wenn man jetzt sagt, okay, 50'000... Ich meine, Leute, das wäre nicht unmöglich für Bitcoin, muss ich unterstreichen. Aber es wäre schon psychologisch gesehen ein Mega-Move, der es bedeuten würde, wir müssen hier so steil nach oben kommen. Also das wäre jetzt für mich eher unwahrscheinlich. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber ich hoffe, das versteht ihr und könnt vielleicht das auch ein bisschen nachvollziehen. Dann kommt das auch gut. So, kriegen wir das wieder hin? Ja, kriegen wir wieder hin, ne? So. Dann würde ich sagen, wir haben das hier im Daily gesehen, was wir sehen wollen. Und jetzt... Die Linie kommt weg. Und jetzt gehen wir ab in die 4-Stunden-Chart-Analyse und schauen uns da mal ein bisschen rum. Denn es wird auf jeden Fall hier spannend. So, meine Picassos hier. Sieht ja immer schöner aus. Und jetzt sehr, sehr wichtig, Freunde. Sehr, sehr wichtig. Ich habe übrigens mit meiner MICT ein bisschen zu kämpfen. Sie hüpft mir immer hier irgendwie in letzter Zeit in die RSI hinein. Jetzt muss ich irgendwie beheben. Irgendwie gab es hier ein Layer-Problem, glaube ich. Naja, ist ja wurscht. Wir kriegen das hin. So, also wir sehen, wir sind hier bereits ein bisschen in der Close-Tone, also im überhitzten Markt drin. Und wir haben auch hier bei der Kurzfristung der MICT sehen wir eine leichte Abflachung. Wir haben gestern Abend euch noch mitgeteilt, der Mick hat das dann für mich erledigt, dass wir hier ein symmetrisches Treiband bilden. Ziel-Target wurde sogar überschritten. Wir haben das neue All-Time-High erreicht. Jetzt fängt schon wieder ein kleiner Abverkauf an. Jetzt haben wir hier immer noch eine R3. Die R3 ist auf dem alten All-Time-High. Hier werden wir jetzt ein bisschen schauen, ob das gleichzeitig ein neuer Support wird, was definitiv klar ist. Sorry, Leute, ich weiss, ihr mögt es nicht. Aber wenn man müde ist, muss man gehen. Oder letztens hat einer gesagt, ich rede zu viel und atme zu wenig. Deshalb aus diesem Grund gehe ich. Ist auch möglich. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, wir werden auch hier aus dieser letzten Wellenbewegung ziehen wir zur zweitletzten geschlossenen Kerze mal ein bisschen das Fibonacci. Das wird uns jetzt auch den Weg ein bisschen neu offenbaren. Das werden wir nur bis zur R3 nehmen, die Distributionszone. Und die Akkumulationszone, die werden wir jetzt nämlich zwischen das 0,5er und das 0,618 erschieben. Der Grund erkläre ich auch gleich. Der Grund ist dafür, alles, was über das 0,5er geht, geht in eine Korrektur hinein. Also wenn wir jetzt unter dieses 0,5er fallen werden, dann gehen wir wieder in eine Korrekturphase. Also die Möglichkeit wäre da, wieder auf 64'000 zu fallen. Wir sind ja schon, keine Ahnung, wo wir reingeschrieben sind, tief, 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 tief. Und die aktuellsten von euch sind irgendwo bei 61'000 hier rein. Also die, die noch nicht so lange bei uns sind. Wir sind schon irgendwo bei 30'000 rein. Das ist natürlich sehr, sehr interessant gerade, weil wir hätten dann wieder neue Möglichkeiten, hier neuen Support zu finden. Wo aktuell diese R2 sind, ich lasse es auch noch auf R stehen, ja, solange wir da oben nicht aktiv durch diese Distributionszone und zum Zieltarget unseres symmetrischen Dreiecks gekommen sind, da werde ich es lassen. Also hier das Zieltarget vom Falling löschen wir raus. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt noch das symmetrische Dreieck vor uns. Und das ist bei 70'000. Und ich habe gesagt, wenn wir im Dezember die 90'000 schaffen wollen, dann müssen wir gezwungenermassen es hinbekommen, diese 70'000 zu knacken. Im November. Sonst wird es sehr, sehr schwierig. Aber, ja, wir haben noch 2'000 US-Dollar für Bitcoin. Einmal furzen, dann ist er da oben. Also die 70'000 werden wir definitiv erreichen. Optimal, um die Ausgangslage zu verbessern. Wir sind in der ersten oder angefangenen dann in der zweiten Novemberwoche. Wir können immer noch damit rechnen, dass wir die 8 vielleicht sogar zwischen 75 und 80 bleiben im November. Das wäre natürlich dann sehr, sehr optimistisch, um eben diese 90'000, die ich immer sage, zu treffen. Also ich habe immer noch das Zieltag zwischen 90 und 110. Doch eher ist meine Trefferquote bei 90 als bei 110. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. So, jetzt bedeutet das auch hier bei Bitcoin abzuwarten. Wir haben dieses kleinesymmetrische Dreieck gehabt. Das Zieltarget hier können wir auch rauslöschen, brauchen wir nicht. Jetzt heisst es zuwarten, Freunde. Es heisst zuwarten, was jetzt eben hier weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was wir dann auf jeden Fall brauchen können, ist dann diese waagerechte Linie, die wir hier haben. Die machen wir wieder gestrichelt. Oder die Punkte besser gesagt. Das wird uns dann ein diagonaler Support nach oben geben. Da bleiben wir auch schön dabei. Also das könnte dann sein. Und wenn wir hier runterfallen, hier nochmal den Support, wird es relativ gut sein. Vielleicht nochmal in die Akkumulation da wieder hoch. Das ist für mich ein sehr entscheidendes Level hier, um dann sagen zu können, okay, wir gehen in Richtung 75.000 bis 80.000. Also das ist sehr, sehr spannend, auch wenn es gerade für euch nicht spekulativ aussieht. Spekulativ, spekulatär wollte ich sagen. Aber es ist sehr, sehr spannend für die Analysten. Passt mir auf jeden Fall auf. Die Bullen, die bullische Kraft nimmt hier definitiv ab. Auch wenn die IME gerade sehr, sehr bullisch ist, ist es oft eigentlich auch ein Zeichen, dass dann schnell mal wieder was fällt. Also jetzt müssen wir einfach ein bisschen dranbleiben. Wie gesagt, wir haben viele Indikatoren, die bullisch gestimmt sind. Auch der Daily draussen, sehr bullisch. Also wir werden im Daily definitiv wieder höher schliessen, als wir gestern geschlossen sind. Das heisst, wir werden Tag für Tag wieder ein Stück nach oben kommen. Und da wir erst in der ersten Novemberwoche, zweiten Novemberwoche sind, kriegen wir das wahrscheinlich mit 75 bis 80 sehr gut hin. So, das war es von meiner Seite her. Bleibt gesund und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.